Wie spät ist es? Oh je, ich sollte es wissen. Crash, Coco, kommt her, gebt Kubuna-Wa ein Küsschen. Seht mich doch nicht an, als hätte ich laut gefurzt. Ich bin Zeit. Ich sehe alles. Und ich meine alles. In eurer Zukunft liegen unerwartete Entwicklungen. In der nahen Zukunft. Schockierendes, was euer Leben verändern wird. Ich unterbreche dich mal, bevor du uns sagst, wie wir sterben. Tja, wenn ihr nicht von dem großen, maskenfressenden Monster hinter den Sternen wissen wollt, ist das eure Entscheidung. Also gut, hilfegefährlich? Ich mache euch das. Crash Bandicoot, du hattest mich zwar vermannt, aber in der Vergangenheit konnte ich deinen Untergang planen. Du findest mich auf dem Werk. Erfrier nicht unterwegs. Wow, eure Beziehung scheint stark belastet zu sein. Wie? Oh, das war's. 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.